Hallo Freunde, willkommen zurück auf Tranquil Waters. Im letzten Video habe ich den Weizen und Droschen des Feldes fertig und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das mit dem anderen Drescher Maus. Dafür muss ich diese mal verkaufen, das machen wir zuerst. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das will. So, im Augenblick viel Geld, aber das geht jetzt wieder aus. Wir brauchen Drescher. Nein, das ist ein Nächster. Den habe ich gesagt. Dann will ich das hier mit dem wir versuchen. Eigentlich ist es egal, was da dran schreibt. Das ist ein Lenkrad. Ich lasse den auch in Schwarz. Felgenfarbe. Eigentlich lassen wir es. Kostet ihr nur Geld. Das kostet jetzt die 1000 Euro Injektionen. Ah, die sind automatisch schon drin. Ok. Kennzeichen. Will ich Kennzeichen. M Creek. Nein, lassen wir raus. Wir lassen das mit Kennzeichen mal weg. Ich kaufe den jetzt hier. Und dann nehmen wir den hier. Kaufen. Und das kaufen wir auch. Alles schön in Schwarz, aber das Ding wieder finden, weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob ich den nach Hause kriege. Kann ich nicht, weil ich hier noch gar nicht Autodriver habe. Das kann ich eigentlich jetzt hier mit machen. Den Shop habe ich euch vorgestellt schon in meiner Rundfahrt. Auf jeden Fall fährt der sich sehr flott. Schon seit. Auf jeden Fall fährt der sich sehr flott. Das ist noch auf dem Hof so lege ist. Keine Ahnung. Hier ist ein großes Gerät hier. Ich habe einen größeren Gerät hier. Ich habe einen größeren Gerät hier. Hier ist ein großartiges Gerät. Und jetzt hat man das nicht anh circumsiert. Dreh ich durch. Das Thema hab ich schon mal gehabt. Das ist genau dafür und es funktioniert nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Lässt sich nicht anhängen. Ich könnte wirklich... Dreh durch. Also, können wir alles wieder verkaufen. Ich stehe mir jetzt das Geld raus, was ich hier reingesteckt habe. Ich hoffe. Nee. Das hat er mir mit dem Maus weggenommen. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht zu viel Verlust gemacht. Ich muss einen Drescher kaufen. Also, das Ding war der Katz. So, das haben wir jetzt hinter uns. Das haben wir jetzt hinter uns. Der hier. Etien auch. PS 14.500 Der kann das nicht. Der auch nicht. Das hat der Case. Der hat 12 Meter 14.500 Was hat der jetzt hier? New Holland 14.500 10 Meter waren das. Was haben wir jetzt hier? 10 Meter. Was ist die Welt? New Holland oder Ne. Nee, der gefällt mir nicht. Vielen Dank. Ach, da geht es zum Bandlaufwerk oder Zwillingsbereifung. Das Band ist schmaler, dann nehmen wir den. Ich hoffe, das Ding funktioniert jetzt, sonst habe ich ein Problem. Den nehmen wir dabei, auf jeden Fall. Und das brauche ich. Kriegen die in einer Farbe? Schlimm. Also, und jetzt versuchen wir das mal, ob wir das kaufen können. Jetzt habe ich echt ein riesen Problem, wenn das nicht funktioniert. Oh, es ist schon zugeklappt. Also, hier beim Shop fahren wir richtig flott. So ist nicht schlecht. Ich habe jetzt viel Geld ausgegeben. Ich glaube, ich habe jetzt den ersten Versuch ganz schön Verlust gemacht. So, der passt. Und ich kann den anhängen hier. Ja, ich denke ich habe Verlust gemacht. Ja, der kann auch anhängen. Gut. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Doch, da unten bin ich. Links rum, links. Links rum. So. Ich werde jetzt hier mal anfangen. Mit Autodrive. Ich werde jetzt halt mal anfangen. Pfehl. Sicher. Ich werde es jetzt auch noch nicht überlegen. Mal anfangen. So. Ich werde jetzt aner. Oh, ich werde jetzt mal anfangen. Ich werde es mit Autodad. Okay. Wenn ich geradeaus halte, dann weiter speichern muss er klar. Wo muss ich denn jetzt links rein? Jetzt muss ich hier den... Nein, ich gehe parallel. Ich gehe da hin. Ich muss über die Brücke. Stimmt. Ich muss über die Brücke. Es gibt ja schon eine Brücke auf die andere Seite, wo da alles drüber läuft. Aber ich möchte einen integrierten Schneidwerkswagen haben, weil diese Dinger drauf packen und einrasten. Das ist nicht meins. Ich werde zu einfach. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hiermit. Aber dadurch habe ich jetzt doch mit Sicherheit guten Verlust gemacht. Die Probiererei und allen Austauschen muss noch warten. Er hat hier doch Schweineblieben verkauft. Hat sicher einen Verlust gemacht. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Egal. Bist du jetzt durch? Ich habe hier nicht. Da habe ich jetzt durch die Land Lehrgeld bezahlt. So quasi. Schauen wir mal. Ich fahre auf jeden Fall jetzt mal hoch. Ich habe hier nicht aufgepasst. Ich habe hier doch nicht irgendwo abbiegen müssen. Ich habe meinen Gedanken als woanders. Da hätte ich abbiegen müssen und ich stehe da. Aber ich komme da auch zu meinem Hof. Nicht das, was ich wollte. Aber gut. Ich muss noch öfters fahren und öfters noch irgendwas angleichen. Und jetzt hier links rein, oder? Hier. Hier, der halb links genau. Aber. Das ist so kein zweispuriges Ding hier. Wie mache ich das denn? Möchte ich den einspurig machen. Außenrum einspurig. Da zweispurig. Da einspurig. Ganz rumfahren. Ja. Ich mache das jetzt da rum. Und da rein. Okay. Ich könnte das aber doch machen hier. Und dann mache ich den aus. Und dann mache ich den blau. Das müsste doch auch funktionieren. Ja, macht den blau. Und dann ist es egal, in welche Richtung ich fahre. So, dann kann ich gerade durchziehen. Ja, man muss ja alles gut berechnen, was man machen will mit Autodrive. Gut nachdenken. Wenn ich jetzt einmal falsch mache, habe ich hier eine doppelte Arbeit. Bis er nachziehen muss. Ich mache jetzt gleich doppelt hin und her. Spare ich mit der Schröderfahrt. Hier ist ja nicht das, was ich jetzt gerade wollte. Ich wollte einfach an der anderen Seite laufen. Da haben wir gerade die anderen Gedanken im Kopf gehabt. So. Und den nochmal aus. Den ziehen wir mal da vorne. Und sagen wir fahren da rüber. Und wir fahren da rüber. Gut. Dann sind wir schon mal auf dem Hofkurs angeschlossen. Wir haben noch keinen Weg zum Shop. Das muss ja noch machen. Und vom Shop käme ich schon mal hier hin. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht gerade von Gedanken hatte. Ich muss mal gucken, ob ich Geld machen kann irgendwo. Ich kann nur Düngen. Ich kann nur Düngen. Ich habe eine Düngestreue. Das weiß ich. Ich kann Geld machen mit Düngen. Auf jeden Fall. Soll. Ich stelle den jetzt mal einfach wieder weg. Und wenn die stört. Die stellen wir auch mal eben weg. Den stelle ich auch mal eben hier hin. Weil, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, wie ich das mit den Hallen mache. Aber ich denke, ohne Geld werde ich nicht viel tun können jetzt. Das... Ne, das davor ist meiner. Warte mal. Ich nehme den anderen. Wenn wir da stehen. Ich nehme den. Nein, den nicht. Den anderen. Den da. Und damit gehen wir jetzt Lücken. Und dann... Manchmal frage ich mich, ob es richtig ist, was ich mache. Mit dem Hofbau. Andere bauen sie in den Hof. Egal, was so teuer ist. Und wenn der fertig ist, dann fangen sie an zu spielen. Und ich bin bei der Meinung, ich erarbeite mit dem Hof. Alles, was ich ausgeben, muss ich ja immer eingenommen haben. Ich habe jetzt sicher noch keinen Dünger, oder? Ich habe Dünger irgendwo. Ich habe Weizengut. Ich habe Mais. Mischration, Silage, Gras. Stroh. Schweinefutter. Schweinefutter. Ich habe Schweinefutterkäfer kaufen. Brauche ich ja nicht. So, ich habe keinen Dünger, ich muss jetzt zum Shop für einen Dünger kaufen. Das ist ja schon mal gut, weil ich ja jetzt auf jeden Fall schon mal den Weg zum Shop machen kann. Wenn ich gut bin, auch wieder zurück. So, dann stehen wir hier dran. Mache den dann einmal an und fahre mal den Weg zurück zum Shop, den ich eigentlich hier hinfahren wollte. Aber ich brauche dann nicht zurück zum Hof, weil ich muss ja diese Mission machen und Dünger. Aber durch diese Mission kriege ich auch Autodrive zu den verschiedenen Feldern und so wächst dieses Netz. Also für alle jetzt fragen, ob ich dieses Netz denn irgendwann mal zum Download stelle, nein, werde ich nicht. Weil das ist für mich, ich mache dieses Netz eigentlich nur für die Sachen, die ich brauche und ich ändere es andauernd. Es wird also niemals so sein, wie es andere brauchen. Versucht selber. Versucht selber. Eigentlich macht Spaß. Wir haben uns ja keine Hektik hier aufgekommen. Das kann man alles nach und nach machen. So. Mal gucken, wie ich wieder richtig gefahren bin. Wo bin ich jetzt eigentlich? Falsche Richtung gefahren. Falsche Richtung gefahren. Das ist nicht wahr, ne? Das ist echt nicht wahr. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. So kriegt man das auch fertig zu dem Kurs, indem man irgendwie sie einfach verfährt. Geht in die andere Richtung. Man muss... Ja, ja. Boah. Ich weiß nicht. Warten ist das noch mein Fehler. Den Fehler muss ich mal ausbügeln. Geht da rein. Da kann ich rein. Da kann ich rein. Und dann müssen wir da auch lau machen. Ja, ja. Ich weiß. Meine Fahrkünste sind jetzt nicht die besten. Geht da nicht auf. Das bleibt so. Ich bin halt so. Wer es mag hier, würde mich nicht enttäuschen. Aber so können wir auf jeden Fall. den Autodrive-Kurs schneller zu sammeln, indem ich einfach mehr fahre als nötig. Eigentlich sage ich immer, ich brauche Hof, Shop, Shop, Hof, fertig und dann kann man weiterarbeiten. Ich habe jetzt schon mehr eingefahren und diese beiden Strecken habe ich immer noch nicht. Die Grundstrecken heiße ich. So, ich werde jetzt an meinem Feld zurück vorbei, wo ich noch Stroh einsammeln soll. Ich bin noch nicht fertig. Eie, Jesus. Warum habe ich den nicht einst ... Da ist das mit dem Doppler-Arbeit. Das ist jetzt der Fehler hier. Also, ich mache das mal da raus. Ich wollte es eigentlich nicht machen, genau. Das wollte ich hier nicht machen. Hatte ich eigentlich gar nicht an das gedacht. Aber warte, jetzt machen wir es doch doppelt. Ich muss nur gucken, wie ich den falschen Kurs weg. Ich könnte jetzt jeden Punkt neu verbinden oder in die andere Richtung verbinden, dann hätte ich das gleiche. Oder ich lösche raus und fahre ihn aber neu. Ich weiß jetzt nicht, was effektiver ist oder einfacher ist. Tut sich wahrscheinlich beides nichts. Ich kann das Video vorwenden, bevor ich diesen Fehler bemerkt habe. Aber das kann ich trotzdem machen. Ich werde jetzt die Strecke noch weiter fahren bis zum Shop. Dann den Dünger einladen und zur ersten Mission fahren. Dann kann ich den hier ausmachen. Und die verbinden die beiden. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst den Daumen wieder, wenn es gefallen hat. Und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.